Geht's dir besser? Ja, scheint zu wirken. Tja, leider wird die Wirkung schnell nachlassen. Das Mittel hat dir höchstens ein bisschen Zeit verschafft. Kann es weitergehen? Ich schaff das schon. Ashley ist wichtiger. In dem Fall wissen wir, was zu tun ist. Dann komm, Sancho Panza! Retten wir Prinzessin Dulcinea! Du tust dir bloß weh. Hey, das war meine Lanze. Okay, ist gut, ich komm ja. Warum hilfst du mir? Was ist da für dich drin? Kein Grund misstrauisch zu sein. Ich will einfach bloß helfen. Nicht so leicht, jemandem zu vertrauen, der mal für Umbrella gearbeitet hat. Du weißt es also. Umbrella ist erledigt. Und wie brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen? Lass meine Frage nicht ab. Hier ist Theo! Wir werden ein bisschen Vorwarnung! Hältst dich erstaunlich gut? Sicher, dass du bloß ein Forscher bist? Ich bin nur ein normaler Typ, der zufällig gut bei Frauen ankommt. Nach ihnen, werter Herr. Ein wahrer Gentleman. Du schuldest mir was! Luis, über dir! Wir sind klick. Läuft das bei dir immer so? Alles klar, jetzt zur Dämonenrüstung. Hey! Ich glaube, hier können wir durch! Na los! Wie sieht's aus? Okay, ist offen! Mann, war das anstrengend. Die pferchen die Dinger sogar hier unten ein? Das hier ist für sie heiliger Boden. Hier unten haben sie Las Plagas entdeckt. Eingeschlossen in uralte Bernsteinvorkommen. Na klar, was auch sonst. Du willst doch nicht etwa mit diesem Ding fahren. Siehst du noch eine andere Möglichkeit? Schieb uns an, Sancho! Wen nennst du hier Sancho? Na also, wir fahren. Damit sollten wir etwas Zeit geben. Ich glaub nicht, was ich hier mache. Hey, wir haben's eilig, oder? Ach, übrigens! Was noch? Stehst du auf Nervenkitzel? Wir entgleisen! Gegen ihn! Scheiße, das Ding wird kippen! Scheiße! Unternimm was gegen diese Bretter! Hey! Wechsel das Leis! Wenn nicht, sind wir Matsch! Wir kriegen Besuch! Pass auf! Da vorne! Schieß auf die Bretter! Haben wir sie abgehängt? Linkskurve! Nächste ist ne Rechtskurve! �, Mann! Das war's für heute. Das war's. Was das? Träum weiter. Jetzt geht's erst richtig los. Okay, weiter geht's. Nicht nochmal. Hey! Dürfst du mal nicht hören? Hey! 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 Macht irgendwie Spaß! Mehr Dritter! Linkskurve! 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 Endstation, Arschloch! Guck mal, dort haben Sie die Palatiten ausgegraben! Das ist ein Witz! Die Bremse! Was? Vorwarn gesagt, eh Sancho? Frag halt! Oh Mann! Hm, aber eigentlich passt das... Das ist ein Witz! Das ist ein Witz! Ich hasse Insekten! Wie wär's, wenn du dich um die kümmerst? Wie wär's mit weniger Reden und mehr Schießen? Ich hab's geahnt! Das ist ein Witz! 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 Aber... Ich will nicht, dass noch mehr Menschen zu Schaden kommen! Wenn das so ist, häng dich gefälligst rein! Harsche Worte für einen Knappen! Endlich raus aus dem Höhlenloch! Die frische Luft ruft unseren Namen! Borfin! Denn, wenn wir erstmal hier sind, bedeutet das wir sind fast... Fast was? Oh! Luis! Lange nicht gesehen, Rookie! Major Krauser? Was soll das? Warum? Sicherung von Diebesgut! Und nebenbei Beseitigung von ein paar... Wärten! Ein einfacher Job! Ashley... Das waren Sie! Du kapierst schnell! Was hab ich dich gelehrt? Messer sind schneller! Nicht schlecht! Wir fangen gerade erst an, Rookie! Werden Sie von diesem Kult kontrolliert? Das hat nichts mit denen zu tun! Ich hab mich jetzt entschieden als freier Mann! Ich in die ChlePtail! Zu langsamer! Ihh! Major! Sie können nicht klar denken! Ich denke klar wie nicht zuvor! Jetzt konzentrier dich! und zeig dir, was du kannst. Sie haben uns gedüttet. Keine Ehre, keine Gnade. Nur zerstörerische Kraft. Was ist falsch daran, das Gleiche für mich zu wollen? Krauter! Genug gespielt, Rookie. Du hast dich kein Stück verändert. Was für eine Enttäuschung. Nicht gut aus, mein Freund. Ein herber Verlust für die Frauen dieser Welt. Nicht reden. Nimm den. Der Schlüssel zu meinem Labor. Geh dorthin und entferne die verdammten Parasiten. Hilfe, Ashley. Ich habe ein scheiß Leben geführt. Aber jetzt, hä? Was denkst du, Leon? Menschen ändern sich, oder? Geh dorthin? Geh dorthin. Haha. Untertitelung des ZDF, 2020